The Arena has loaded, buckle up! Ich bin schon wieder fast tot, hat jemand Leben für mich? Oh shit, wo kommen die schon wieder alle her? Der bezahlt die Ach komm, das Gift man! Eliminiert von Concord! Was? Hä? Wurde ich von deinem Gift gekillt, kann das sein? Ich hab kein Gift geschmissen! Leute, Flammen machen euch auch Schaden! Wir müssen dann wohin? Ah, oben ist Einzahlung! Das meine ich wieder 20 Sekunden? Ist das ein schweißernst jetzt, oder was? Wow, okay. Sprungkasten, 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 hier! Heute ist war mega! Ich bin nicht hochkommen, ne? Oh ne! Zu spät, zu spät, zu spät! Ey, es ist jedes Mal! Jetzt ist es 100 Kilometer weg, wo ist denn das nächste? B, auf 40 Sekunden! Wow! Ich mach keinen Schaden! Ja, moin! Boah, fuck! Ich hab keinen Schaden gemacht! Oh! Okay! Wir müssen zu C! Nee, CB, es schaffen wir nicht mehr C! Okay, ich betone! Oh, sch... Wow! Oh man, ich bin so... Der Revolver, ich... Oh! Ich bin so... So... Also diese Map... Also diese Maps... Ich glaub echt Probleme mit den... ganzen Spielsystemen! Darüber! Wart das Geld? Hm... Ich spawn mal einfach! Ja! Komm, klug! Ich bin bei dir! Schnell zu... Wo ist denn das jetzt? Zu... Zu C... C... D... D... D wird's wieder... Ist wieder, wieder so weit weg, man! Ich glaub zu... D! D! Ja, 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 D! Oh, shit! Oh, shit! Hilfe! Lauf! Wir sind so getrennt wieder! Lauf rein! Oh! Nice! Ey, Jungs! Sehr schön! Ah! Was? Wo? Am ihn! Am ihn! Am ihn! Gleich, gleich abgehen! Da ist noch einer draußen! Da sind viele! Da ist gleich Cash hier! Oh, mega! Oh mein Gott! Vielleicht schaffe ich's ja noch! Boah! Du beschützt mich! Ich hab Cash! Ich trenne einfach weiter! Oh, ja! 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 Jawoll! Abgegeben! Nice, Alter! Soll ich spawnen? Oder holt du mich? Ja, nee! Ach, komm, Alter! Ich wollte, er lebt noch der Typ, ne? Wissen wir, ich seh' nicht! Ich weiß nicht, der Slide ist einfach immer weg! Eigentlich brennt alles, ey! Ich hab gar nicht Platz! Die sind oben, die sind überall von uns! Die kämpfen uns da richtig schön ab von High Ground! Oh! Alter, der Flammenwerfer ist in dem Haus geil, oder? Alter, Digga, das hört nicht mehr auf, Mann! Alter! Die da oben, also die haben uns nur weggegeben! Die haben einfach... Ich konnte aber nicht weg, weil die halt durchgehend nur Dauerfeuer gegeben haben! Ja, das Problem ist, dass er mir auch selber Schaden macht! Was? Der Flammenwerfer! Wenn ich in meinen eigenen Flammen renne, mach ich mir selber Schaden! Okay, Jungs! Eigentlich was sehr nett von denen, dass die da oben alles gekillt haben! Weil da waren immer andere, die sie gekillt haben! Ich hab das Geld eingestellt und einfach abgegeben! Nee, das ist wieder dort, ey! Nee! Wie dann zwei Wochen irgendwo, man! Ah! Oh! mankind 11 Ah! Das war Deine Gifftfolge! Der hat das Geld schon mitgenommen! Wer den Kaiser mechanic die Liedern wird und genau die Lieder der ist schon viel weiter... das ist komplett weg! Der hat es genommen und gleich weg! Das guess so, die zur Einzahlung... die haben ja 2000... er hat aber unsere 5000 damit wie kann es sein das muss doch gerade erst fertig geworden ist einfach weg abgehauen das hat keine so viel wir werden beschossen abgegeben auf zu pink oder warte ich auf 1000 würde ich noch ein zahlen etwa wenn ich zu 1 wow jetzt auf die geld jung er wurde ich muss bei dir bleiben wir müssen bei dir bleiben es ist da kommt wieder neben dir auch und leute und versucht sie zu ignorieren bei werten gewonnen wenn du es abgibst ich soll es runter holen ja man zweimal durchs loch ich wollte es doch nur gut mann